So, da sind wir schon wieder zurück mit den Aufgaben, nämlich wir müssen die silberne Überlebensmedaille bekommen. Wie du die bekommst, werde ich dir jetzt genau zeigen, denn wir sind nur 28 Leute hier in der Runde. Ich bin ziemlich außerhalb gelandet, damit ich einfach sicher meine Ruhe habe. Denn die bronzene Medaille bekommt man bei Top 50 und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, war die silberne Medaille nämlich bei 25 Überlebenden nur noch. Und die goldene bekommen wir, wenn wir unter die besten 10 kommen. So, einer müsste jetzt nur noch sterben, das müsste dann jetzt genau jetzt sein. Genau, dann bekommen wir die silberne und das müsst ihr auch mal zählen. So, komm, einmal zählen bitte. Hallo, das war aber die silberne. Da sehen wir schon eins von drei. Heißt eigentlich, das war es jetzt eigentlich schon, rausgehen aus der Runde. Nächste Runde anfangen, wieder unter die Top 25 kommen. Das Ganze halt, wie gesagt, dreimal. Und schon haben wir die erste Aufgabe schon geschafft. So, ich mache jetzt hier direkt den Selbstmord. Und ihr seht schon, ich habe extra den Genesungsskin nochmal angezogen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den bekommt, einfach bei mir in den Videos nachschauen. Da habe ich die Aufgabe auch schon für euch gemacht. Wenn ich euch mit dem Ganzen schon helfen konnte, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, Like dalassen. Und dann denke ich mal, wird man sich bestimmt mal in dem einen oder anderen Livestream sehen. Und in dem Sinne sage ich ja schon mal direkt, haut rein und viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Natürlich werdet ihr die anderen Aufgaben auch noch von mir gezeigt bekommen. Und in dem Sinne, euch schon mal viel Spaß.